Ach, ein gutes hat's ja, wenn wir erst nach 23 Uhr auf Sendung gehen, oder Marlene? Dann können wir ja fast machen, was wir wollen. Deswegen spielen wir auch Ständerball heute. Ja, und eins steht noch, der Exit. Und zwar bevor. Und zwar heute. Sie haben es in der Hand. Schauen Sie rein, einer fliegt raus. Ja, und wir entschuldigen uns jetzt schon mal für alle Altherrenwitze, aber wir haben jetzt drei Stunden lang den Gottschalk geschaut. Jetzt geht das Niveau wieder nach oben mit Promi Big Brother 23. Bis gleich. Bis gleich.